Herzlich Willkommen bei Conqueror's Blade. Wir verteidigen Festung Ningu. Größte Hassmap. Oder mit einer. Und ich habe meine Heiler Dudes und hoffe auf A heilen zu können. Ich zweifle zwar dran, weil irgendwie nie einer A verteidigt. Kann ich meine Granaten auf dieses Ding da unten werfen? Wo ist das da? Kommt das an? Oh, wäre so zweit. Ärgerlich. Das hat keiner Lust. Guck mal, alle am Tor. Okay, ich verstehe. Ich musste aber trotzdem das Ding eigentlich zerstören. Haltet die Stelle! Geht in Formation! Verteilt euch! Haltet die Stelle! Weiter! Was fällt in Formation! Halt, 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 halt! Halt! Ich muss halt mit der Masse gehen. Ich kann es leider nicht anders. So viel mit der Masse gehen, da lang. Schafft ihr das? Ne, ne, Supply ist auch grad weg. Weiter, weiter, weiter. Na Sekunde, können wir nochmal was heilen? Geh, go, 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 so, so, so. Ach Scheiße, erst die drei. Ah, vergesst es. Dingle. Ich bin nicht sicher, ob wir das wirklich noch schaffen, da drauf zu kommen. Würde er Nein sagen? Da kommt der Triebock, ganz Whisky ist da. Ich muss mich hier mal ganz kurz ein bisschen sortieren und jetzt nach da. Macht sie weg. So, jetzt wissen wir mal. Supply ist schon weg. Schade, schade, schade. Schade, 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 schade. Den Typen weg, der nervt mich. Vielen Dank. Schade, 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 schade. Hup. Scheiße, sind ja alle Supply weg. Das ist ja ganz mies. Überall perfekt. Treffe ich halt nicht. Nicht weglaufen. So, knappe Kiste, holen wir uns mal neuer. Ich glaube, das läuft sich schon gar nicht. Aha, wieso steht der da mit seiner heile Borde, was macht der damit? Genau, gib Gas. Mal heilen, hoffen das hier keiner verbinden pusht. Hm, stellen wir uns da rein, oder was? Kacken dreißen erstmal. Vielleicht so. Stehen wir halbwegs safe. Gucken wir mal, ob wir hier ein bisschen unterstützen können. Da kommt nichts. Von hinten könnte einer kommen. Aber da kommt hier dann. Hat er irgendwas? Ne. Wie viele haben die noch? 700. Also sollte noch was kommen. Krathans, wo war das? Ich sehe sie nicht. Stirbt ihr Assis! Schieß. Machen wir uns auf die andere Seite. Ok, drüber kommt gerade. Dann vielleicht danach. So, und vielleicht... Stehen wir alle da drinnen. Das ist super geil. Jetzt wird's los hier. Ein bisschen aggressiver, bitte. Eieieiei, Eierwerfer. Damit sind sie weg. Scheiß, Dreck. Tja, und wann? Ein bisschen Suizidkommando. So. Uh, 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 uh. Das sieht ja aber wahrlich gut aus. Ich bin mal so frei. Was 4. Ja, Tja! Knappe Piste. Oh, da halte ich mich was mal entschuldigt. So. Zurück. Zurück. Dann können wir noch heilen. Ich warte eigentlich auf die Eierwerfer. Sind die gestorben? Mhm, mhm, mhm. Sieht gut aus. Auf Anhieb sehe ich sie nicht. Die machen unsere Typen wieder mit einem Schuss weg. Alter, dass die Schlitt steht noch. Habt ihr einen Schatten? Macht die doch weg. Könnt ihr doch nicht machen. Schnell, 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 schnell. Die kleinen süßen Rattan-Duzi wollen vielleicht verstärken. Ja, ja, ja. Rattan, hier noch perfekt. Ich komme auch gerade. Da kommen sie, da kommen sie, da kommen sie. Push, 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 push. Aber ich wollte gerade sagen, wenn wir die helle Borde hier abschlitzen, dann ist das gefährlich. Mach die helle Borde weg. Oh, ja, Triwok. Ich helfe mal mit. Ich hätte das gern. Können wir hier nämlich gleich weiter pushen. Kann man hier nämlich gleich weiter pushen. Die Ecke bis der Duzi war vorbei ist. Okay, sollte reichen. Ich glaube, das war's für die. Lass mich in Ruhe. Gehe ich mal ein bisschen weg, wenn es da noch mehr Triwok zu euch kommt. Triwok ist einfach so unnütz auf dem Web eigentlich. Ich habe mich was erreichen, kannst du damit nicht. Ich will noch mal heilen. Ich will noch mal heilen. Na, bist du hier richtig drauf? Das finde ich nicht okay, was du da machst. Aber dann ist es halt so. Steht noch jemand auf dem Spot? Nee. Was sollten wir dann vielleicht tun? Ach doch. Cool. Aber dennoch. 200 Einheiten lohnt sich sowieso, nicht mehr groß zu pushen. Und vielleicht versuchen die das ja noch hier rum. Können wir uns hier eigentlich ganz entspannt in die Mitte setzen. Und schön. Obwohl, wir nehmen ja das Supply von denen da ein bisschen weg. Dann sind wir in der Nähe und machen noch ein bisschen was. Dass die hier nicht auf dumme Ideen kommen. Dann sind wir in der Nähe. Dann sind wir in der Nähe. Dann sind wir in der Nähe. Da kommt meine Steine. Das Supply hätte ich auch gerne noch. Wo ist denn der Dude? Sagen wir ignorieren den einfach. Solange der mich nicht haut. Oh ja, eine Belagungseiter. Weiß ich nicht, ob ich noch so ein Quest davon habe. Dann nehmen wir die einfach mal mit. Oh ja, hier ist doch einer. Wo ist der Dude? Unten im Kanal oder was? Okay, das wäre aber eigentlich egal. Holen wir uns lieber denen, die da sich gerade auf den Swarm machen. Oh ja, hier ist doch ein bisschen weg. Sag mal. Kleiner mehr da? Guck, ich bin mit Mütter zu spät. Irgendeiner haut auf meine Dudes. Wo sind sie denn? Da kommen sie. Oh, irgendeiner hat da drauf gehauen. Haben Schaden gekriegt. Ach, da hinten ist er noch. Hm, hm, hm. Dann können wir nicht. Ach so, ja. Dings antworten. Keine Ahnung. Dings antworten. Dings antworten. Ja, hier ist nicht mehr viel los. Was würden wir machen? Wir lieben dann aber weiter. Was die Leute halt auch nicht aufgeben können, ist halt scheiße. Dass du sagst, na hier, die haben doch noch 10% ihrer Einheiten oder sowas. Da kann man aufgeben drücken. Und abzusehen ist, dass das hier nicht zu holen ist. Wie haben wir eigentlich noch? 500. Oh ja. Ist jetzt auch nicht mehr so, wenn wir jetzt... So, schon, das will ich noch haben. Perfekt. Und noch was für die Kriegsbrüder abgeschlossen. Was auch immer das war. 60 Mann haben sie umgemäht. Fein. Tja, die Hellebarde wurde halt gleich geeiert. Mhm, 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 mhm. Wir waren ja alle ganz gut. Ja, würde ich sagen, das war's für die Folge und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Tschüss.